Als ich dann noch eine Sitzung hatte, habe ich eine Masse durchgebracht. Aber dann bin ich an meinem Pool gehockt, da habe ich meine Vorbereitung. Und dann kam jedes Telefon, jedes E-Mail, das ich beantworten wollte, jeden Mitarbeiter, der mich etwas fragte, war einfach zu viel. Am Ende habe ich dann an meinem Vorgesetzten angerufen und gesagt, ich habe eine Depression erlitten. Ich habe mich dann entschieden, dass ich wirklich zu lange bleibe. Und dann dort eine Therapie machen. Das war mir sicher gut, dass man einfach sagen muss, jetzt kann ich einfach im Bett liegen. Ich muss für niemand mehr schauen. Ich hatte keine Verantwortung mehr im Geschäft, ich hatte keine Verantwortung mehr in der Familie. Der Gallant hat das sehr gut moderiert, hat immer die richtigen Fragen gestellt und wirklich bohren, 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 im positiven Sinn. Wir haben dann wirklich gesehen, jetzt sind wir im Kern des Punktes. Und es ist eigentlich wichtig, dass man wirklich in die Tiefe geht, damit man dann auch den Weg zurück kann beschritten. Und ich habe dann auch wieder angefangen mit zu arbeiten. Ich bin am Anfang zwei halben Tage wieder in die Firma. Ich konnte dann immer mehr steigern. Und dann von Mitte November an konnte ich wieder 100% arbeiten. Oh, fuck up. 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 Vielen Dank.